Es wird berichtet, dass ein Mann zum Propheten s.a.w. kam und sagte, O Gesandte Allahs, ich habe eine Sünde begangen und ich glaube nicht, dass Allah mir diese Sünde verzeihen wird, selbst wenn ich den Islam annehme. Obwohl der Islam jede Sünde auslöscht, die man früher begangen hat. Und der Prophet s.a.w. fragte, Was hast du getan? Und er antwortete, ich war einer der Leute, die ihre Töchter lebendig begraben haben. Es war eine Sitte in der Zeit vor dem Islam. Töchter waren nicht angesehen in der Gesellschaft und so war es der Brauch, dass man sie lebendig begraben hat. Und der Mann erzählte davon, mir wurde ein wunderschönes Mädchen geschenkt. Und jedes Mal, wenn die Zeit für mich kam, sie zu begraben, da sah ich sie an und ich fühlte Barmherzigkeit. Ich schaute sie an und ich hatte Mitleid mit ihr. Und immer wieder spürte ich diesen Konflikt in mir selbst. Weil ich wusste, dass es falsch war, sie lebendig zu begraben. Und wenn ich sie ansah, dann konnte ich es einfach nicht tun. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass ich es tun musste. Und er sagte, je älter sie wurde, desto schöner wurde sie. Bis sie schließlich das Heiratsalter erreichte. Und dann wusste er, dass er bald eine Entscheidung treffen muss. In diesem Alter. Also erzählte er weiter. Ich sagte zu ihrer Mutter, dass sie sie zu Verwandten von mir mitnehmen wollte. Und ich nahm sie mit und ging mit ihr raus, weit weg, zu einem tiefen Brunnen. Und ich packte sie, um sie in den Brunnen zu erfen. Und gerade als ich sie hinunterstürzen wollte, rief sie mir zu, oh mein Vater, missbrauche nicht das Vertrauen meiner Mutter. Tu es nicht. Ich sah ihr in die Augen und ich empfand wieder dieses Mitleid. Aber dann wandte ich den Blick von ihr ab. Und der Zorn aus der Zeit der Unwissenheit überkam mich. Bis ich sie schließlich in den Brunnen stürzte. Sie rief nach mir. Doch ich ging fort, bis ich ihre Stimme nicht mehr hören konnte. Am Ende der Geschichte schaute der Mann in das Gesicht des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam und er sah Tränen über sein Gesicht laufen. Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, könnte ich jemanden bestrafen für die Taten aus der Zeit vor dem Islam, dann wärst du es. Aber der Islam löscht das aus, was vor ihm war. Es gab einige dieser Männer, die wussten, dass es falsch war. Und die trotzdem ihre eigenen Kinder töteten. Die ein Gewissen hatten, das ihnen sagte, tu das nicht, das ist unnatürlich. Aber sie zwangen sich trotzdem und sie redeten sich ein, dass dies eben die Gesellschaft erwartet, dass es quasi Staatsräson ist. Eine Staatsräson unabhängig von Moral und Gesetz, die für alle Zeiten gilt. Bis sie ihr eigenes Herz töteten. Und dann irgendwann viel später schauten sie zurück und sagten sich, was haben wir uns nur dabei gedacht. Man hat sich nichts dabei gedacht. Man war einfach nur bedingungslos der damaligen Staatsräson erlegen. Am 9. Oktober 2023 sagte der israelische Verteidigungsminister, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir werden entsprechend handeln. Kein Strom, kein Essen, kein Wasser, kein Gas. Der Armeesprecher sagte zu den Bombardements in Gaza, wir werfen hunderte Tonnen Bomben auf Gaza. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Premierministerin Netanjahu sagte offen am 8. Oktober, wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen. Und der Präsident Jezak Herzog sagte am 14. Oktober auf einer Pressekonferenz, es ist ein ganzes Volk, das verantwortlich ist. Wir werden kämpfen, bis wir ihm das Rückgrat brechen. Nichts davon schockiert mich wirklich. Es ist menschenverachtend, aber nicht etwas, was ich nicht schon mal gehört hätte. Schockierend tut mich einzig und allein die Haltung unserer Regierung, die zu all dem ihre bedingungslose Solidarität beteuert. Wirklich? Wir kämpfen gegen Tiere? Ein ganzes Volk ist verantwortlich? Der Fokus liegt auf Zerstörung? Damit solidarisch zu sein, ist deutsche Staatsräson? Um ehrlich zu sein, will ich mit einer solchen Staatsräson nichts zu tun haben und ich distanziere mich ausdrücklich davon. Irgendwann einmal werden die Menschen sich hier auch wieder fragen. Was haben wir uns nur dabei gedacht? So oft haben die Menschen das schon. Heute schaut man in einigen Ländern auf die Kolonialzeit zurück und fragt sich, was haben wir uns nur dabei gedacht? Auf die Geschichte der Sklaverei, der Entrechtung der amerikanischen Ureinwohner. Damals war das normal. Und jeder hatte eine Rechtfertigung dafür. Heute fragt man sich, was haben wir uns nur dabei gedacht? Völkerschauen, wo Menschen aus fernen Ländern wie im Zoo ausgestellt wurden. Solche Ausstellungen waren gut besucht, hier in Europa. Heute fragen wir uns, was haben wir uns nur dabei gedacht? Und nicht zuletzt auch die unrühmlichen 30er Jahre unserer eigenen Geschichte. Kaum jemand hat das damals anders als normal empfunden. Heute fragt man sich, was haben wir uns nur dabei gedacht? Und so werden wir uns auch bei diesen Dingen, die einige in diesen Tagen ach so normal und gerechtfertigt vorkommen, irgendwann fragen, was haben wir uns nur dabei gedacht? Und wir werden uns das immer und immer wieder fragen. So lange, bis die Werte, die man hier ach so hoch hält, ernst genommen werden und nicht zu leeren Worthülsen verkommen. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werte auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine zwei Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.